Die From-Lecture 2021 hält unsere Preisträgerin Maja Göbel. Vielen Dank. Ein paar Tage hat mich jemand gefragt, ob ich noch sehr aufgeregt bin, wenn ich so bei Talkshows und so sitzen muss. Und ich habe gesagt, nö, das hilft, weil man sitzt da ja nur in so einer kleinen Runde und weiß gar nicht, dass da so viele zugucken. Und jetzt bin ich so richtig aufgeregt, weil ich das auch viel einfacher finde, um Sachen zu ringen, als mit so viel Aufmerksamkeit umzugehen. Und so emotional angerührt zu sein auch. So, deshalb, ich habe das so ein bisschen geahnt und deshalb wird das jetzt nicht eine sehr Lecture im Sinne von dem, was man sich so vorstellt, wenn man an die Uni geht, sondern auch eine Reise eher werden. Und zwar die Reise, die so ein bisschen damit beginnt, Gesine, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit denen die Wissenschaftlerin und dann dieses Sachbuch und die Liebe und wie geht das eigentlich zusammen? Für mich war ja immer das Wissen schaffen und mir aneignen und dieses durch alle Fachbereiche der Akademie, die es so bietet, durchzugehen und zu suchen. Immer dieses, ich möchte verstehen, wie die Welt zusammenhängt und wie wir das stärken können, von dem so viele Menschen in meinem Umfeld sagen, sie hätten das eigentlich gerne. Und es fing halt an bei Liebe, es fing an bei, es sollten keine Menschen sterben müssen durch Krieg oder Armut. Ich kannte auch niemanden, der oder die gesagt hat, das mit der Natur ist mir total egal. Also bei mir vom Haus soll es auch schön aussehen und da soll auch ein klarer Fluss langlaufen, wenn es geht und die Bäume bitte intakt sein und nicht vermüllt. Und das war ja so der Ursprung dieses ganzen Suchprozesses, zu sagen, warum machen wir denn dann das nicht, wenn wir das alle wollen? Und ich komme noch mehr auf deinen Punkt zurück mit den Individuen und warum das nicht so Plups-Magic irgendwie dann auch in die Strukturen sich einfach übersetzt, weil das war genau dieser Lernprozess, ja. Ich habe ja angefangen mit Medien und Kommunikation und dachte, ja, wir erklären das ein bisschen besser und dann läuft das schon. Und dann ging es los. Dann habe ich so ein bisschen über Luhmann gelernt mit unterschiedlichen Codes oder Watzlawick. Man erzählt viel und sendet etwas, was auf der anderen Seite ja gar nicht so ankommt, wie man selber es losgeschickt hat. 70 Prozent geht eh verloren. Und dann kam ich irgendwann, da waren auch kritische TheoretikerInnen und Theoretiker am Start und die haben dann auch erklärt, dass vielleicht nicht alle ehrlich kommunizieren und es sowas wie Framing oder auch Manipulation gibt. Und im Endeffekt bin ich dann auch in diesen besagten Seminaren gelandet, weil ich ein europäisches Zusatzzertifikat gemacht habe und Bourdieu mit den feinen Unterschieden. Also ich fand das hochspannend, all diese Zusammenhänge in der Gesellschaft immer weiter zu erkunden. Und kam dann eben an diesen Punkt, dass ich gedacht habe, ich kann die politischen Prozesse eben nicht verstehen, bevor ich, Obacht, Trommelwirbel, Kapitalismus verstehe. Und deshalb war dann meine ganze Doktorarbeit in dieser Ideengeschichte, sehr gerne an der York University in Kanada, aber eben auch in Kassel, bei denjenigen, die genau aus dem historischen Materialismus heraus, und Gramsci ist so mein Theoretiker gewesen in der Doktorarbeit, versucht haben, das Überbaugefummel mit den Produktionsrealitäten zusammenzubinden. Und trotzdem habe ich mich immer und immer wieder dahin gezogen gefühlt. Die Menschen und das, was in ihnen angelegt ist, das Potenzial, was mich ja auch weiterhin so wahnsinnig an Menschen fasziniert und auch zum Heulen bringen kann zwischendurch, das ist doch der Ursprung von intentionaler Veränderung. Und so bin ich in dem Buch da auch hingekommen, bei all den Vaterbringlichkeiten zu sagen, aber okay, wenn wir uns aber etwas vornehmen wollen, ein normatives Ziel zu verfolgen, das in die Welt zu bringen, von dem wir sagen, das hätten wir gern, dann ist es die Frau im Spiegel, die losmarschieren muss. Und nicht alleine, sondern mit anderen. Jakob, du nickst und ich freue mich, ich habe nämlich noch eine kleine Entourage hier, ich bin so wahnsinnig berührt, dass viele einfach gesagt haben, wir kommen mit. Als ich gefragt habe, ich habe gesagt, das ist für mich ganz wahnsinnig aufregend und kommt ihr mit. Und Jakob, du wirst dich erinnern, er ist einer der Gründer der Green Music Initiative oder vielleicht sogar alleine und hat so die ganze Clubkultur dahin gebracht, mal sich mit den Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und wir haben gemeinsam einmal zu einer Veranstaltung ein kleines Booklet gemacht. Und da habe ich Emma Goldman zitiert. I won't be in your revolution if I can't dance. Und ein anderes Zitat, Catalina, wo bist du da? Als DJ, die wird es ganz bestimmt auch mitatmen können, genau dieses Zitat. Und die andere Sache, die mich auch mal fasziniert hat, das hat mir Matthias von Harz mal gesteckt, der aus dem Theater heraus auch viel Go Create Resistance und andere Festivals organisiert hat, da hat er gesagt, every revolution starts with singing in a choir. Das heißt, im Chor singen ist der Auftakt dessen, dass wir uns trauen, neue Strukturen zu bauen, dass wir uns trauen zu sagen, der Kaiser ist nackt. Manchmal brauchst du ein Mädchen, die es als erstes macht. Und dann können alle so ein bisschen sagen, oh ja, jetzt wurde es sagt, okay. Und so ein ganz bisschen den Effekt hatten wir auch bei den Fridays for Future. Und deshalb sind wir als Scientists for Future auch so dahinter gegangen, als dann aus diesem politischen Raum die Antwort kam, überlass das mal den Profis. Ist ja nett, aber jetzt geht mal zurück in die Schule und dann könnt ihr was studieren und irgendwann seid ihr Ingenieurinnen und Ingenieure und könnt ihr mal die Energiewende machen. Und dann haben die halt gesagt, nö, wir sind Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben jetzt ein Anliegen und wir wollen, dass ihr euch drum kümmert. Und selbst wenn wir nicht wählen können, können wir trotzdem auf die Straße gehen, weil auch das ist Teil der demokratischen Ausdrucksweise dessen, was wir an Veränderungen in unserer Gesellschaft sehen möchten. Und für mich war es ein absolutes Faszinosum, weil ich kenne ja dieses ganze, was darf die Wissenschaft, ich bin da mal so ein bisschen hin und her, mir fehlen sechs Jahre Postdoc publizieren in Exzellenzjournalen, weil ich nach meiner Doktorarbeit gesagt habe, boah nee, also die 723. wissenschaftliche Konferenz, wo Cutting-Edge-Research vorgestellt wird, schaffe ich nicht. Ich kann mir auch nicht die 37. Abhandlung darüber, ob Marx jetzt der Werttheorie links, rechts, geradeaus oder zwei Drittel nach hinten gedacht hat oder vielleicht Marcuse das weitergedreht. Ich war irgendwo am Ende dessen, was mich da akademisch angetickert hat und ich wollte jetzt einfach erstmal die Welt verändern. Mit dem, was ich gelernt hatte, weil ich fand das sehr eindrücklich, ich habe meine Doktorarbeit nämlich über Welthandel geschrieben und war auf den Welthandelskonferenzen. Und da kannst du sehr eindrücklich nachvollziehen, wie begrenzt auch ein Theorem ist, wenn es darum geht, zu verstehen, was in bestimmten Kontexten mit Menschen passiert. Und deshalb diese Fragen nach Haltung, diese Fragen nach Gruppendynamik, diese Fragen nach Psychologie, die bei Erich Fromm ja auch so im Zentrum stehen. Im Zusammenhang mit den Strukturen und den Kontexten, in denen wir leben. Und diese ganze Suche dann auch nach sechs Jahren eben mehr durch die Welt, zu den UN und EU etc. fahren und zu versuchen, die Rechte zukünftiger Generationen dort ins politische Programm aufzunehmen, wollte ich auch wieder zurück nachdenken. Weil ich dachte, jetzt hast du ziemlich viel erlebt und bin bei einem der Vorträge in Brüssel über eine Multilevel-Perspektive, heißt das dann, aus der Wissenschaft gestolpert, wo ich dachte, krass, der hat ja Gramsci aufgemalt, das ist ja super, jetzt will ich mal wieder nachdenken. Und damit bin ich in der Transformationsforschung gelandet. Und dankenswerterweise ist die ja transdisziplinär orientiert. Das heißt, ich darf auch mit zunehmendem Ritterschlag, das ist auch ein langsamer Prozess, wie sich das im Wissenschaftssystem durchsetzen muss, zu sagen, es gibt vielleicht auch Expertise und Wissen, das die Menschen in sich tragen, die eigentlich das tun, worüber wir nachdenken und schreiben. Und je mehr wir denen zuhören, umso eher können wir auch eine andere Form von Dienstleistung an der Gesellschaft mitbringen, die da heißt, wir helfen das zu kodieren und in Regelmäßigkeiten, in Muster zu packen, in neue Begriffe zu packen, was da schon passiert. Weil Innovationen sind ja häufig etwas, was impulsiv entsteht, was etwas mit Zufall zu tun hat, was mit Energie zu tun hat. Energie zwischen Menschen. Energie, die wir wahrnehmen, wenn wir draußen sind, in der Natur. Und genau deshalb war es mir dann so wahnsinnig wichtig, nach dem riesigen Erfolg der Scientists for Future, wo ja auch wir wirklich gemerkt haben, dass sich viele doch zunehmend in so einem kleinen Korsett empfanden, weil man immer nur wieder die gleichen Empfehlungen abgeben darf und Empfehlungen abgeben darf und ob sich da jetzt jemand wirklich drum kümmert. Und dann wirklich 26.800 Unterschriften bekommen haben, innerhalb von drei bis vier Wochen, unter ein Statement, was da sagte, die Forderungen der jungen Generation sind berechtigt. Sie beziehen sich auf die Studien, die wir seit Dekaden publizieren. Sofern werden wir keiner Grassroots-Kampagne jemals in drei Wochen hinbekommen, also wo es so um gesellschaftliche Veränderungen ging. Und vor allem, was auch toll war für mich, es gibt ja auch in der Wissenschaft viel Konkurrenz und das Institut und das Institut. Und auf einmal haben die ganzen Institutsleitungen, die sonst vielleicht auch sich gerne eher mal mit einer distanzierenden, abweichenden Meinung nochmal selber platzieren müssen, gesagt, okay, wir unterschreiben alle. Es waren wirklich fast alle dabei. Und dieses kraftvolle Auftreten zu sagen, das ist tough, wenn wir uns dieser neuen Realität stellen. Aber wenn wir uns da nicht stellen und nicht ehrlich hinkommen, wie wollen wir dann die Innovationen und die Veränderungen überhaupt ins Leben rufen können, die wir brauchen, damit das Anthropozän, und damit ist der Begriff gesetzt. Im Grunde genommen die neue Ära, die Paul Putin vor, jetzt muss ich nachdenken, Antje, du weißt es, Antje Boetius ist nämlich eine der allerschlauesten Personen überhaupt, Meeresbiologin, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts und gerade mit mir auf dem Forum Anthropozän in den Alpen gewesen. Wann genau hat der Paul Krutzen das gesagt? Ich frage hier. All right. Viel wichtiger ist es, dass er einfach damit beschreiben wollte, was die Geologen jetzt akribisch versuchen zu mappen, hat jetzt die Menschheit in ihrer Anzahl und der Intensität, wie wir in die Ökosysteme mit ihren vielen tollen Rückkopplungsschleifen einwirken, die Kraft entwickelt, diese Rückkopplungsschleifen langfristig und nachweislich, geologisch nachweislich zu verändern. Das ist das, was wir dann mit Kipppunkten etc. versuchen zu beschreiben. Also wenn ein Ökosystem gekippt ist, dann ist es irreversibel verändert. Und kann man da nachweisen, das ist diese Frage nach dem menschgemachten Klimawandel, dass das die Menschheit an sich gewesen ist und dass eben in dieser Frage sich die Wissenschaft einig ist. Zu sagen, jo, da haben wir einen Auftrag. Das sollten wir ändern. Das war schnell. Und dann waren eben diese Anfragen, diese vielen, vielen Anfragen und Verlage, die geschrieben haben, Mensch, können Sie nicht mal aufschreiben, was Sie da in Ihren Vorträgen immer machen und vor allem leicht zugänglich, weil irgendwie ist das immer noch nicht so richtig angekommen. Ja, und dann war es genau dieses Ding. Gehe ich jetzt wieder raus aus diesem Exzellenz- und wissenschaftsorientiert mache ich das jetzt ganz anders. Nachdem das erste Buch eben sehr wissenschaftlich wieder war, traue ich mich jetzt wieder viel umgangssprachlicher zu reden. Traue ich mich jetzt mit ein paar Leuten zusammenzusitzen und das durchzustrukturieren, was unheimlich viel Spaß gemacht hat übrigens. Ich bin ganz, ganz große Fanin von transdisziplinären Teams, die unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen und dann in sich etwas entsteht, was ich alleine nicht geschafft hätte, zu sagen, vom Verlag, von der Lektorin, viel zu komplex, viel zu doll und ich mache, das wissen doch alle, das wissen doch alle. Nein, nein, langsam aufbauen und dieses eins nach dem anderen und sehr anschaulich die Ich-Perspektive. Ich habe ganz lange gerungen, ob ich mir das traue, in der Ich-Perspektive zu schreiben, weil die Wissenschaftlerin, das kann ich doch nicht machen und ja, im Grunde genommen dann ganz, ganz wichtig mir genau diese Einladung war. Weil wir gemerkt haben, dass wir mit diesen ganzen Reports, die gibt es ja, das war auch so ein Erstaunen, dass die Leute auf einmal den wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung entdeckt haben, für den ich ja in dem Moment als Generalsekretärin gearbeitet hatte, sagten, krass, ist ja alles aufgeschrieben, was man machen könnte und das ist ja genau die Chance. Die Chance, wenn ich an diesem humanistischen Ideal von wir haben den Verstand, die Dinge zu verändern, wenn wir sie anschauen und ehrlich anschauen und dann eben auch kooperieren, verändern können. Wenn das Wissen wirklich noch nicht so verbreitet ist, dann ist es doch jetzt wirklich unsere Aufgabe zu sagen, das geht besser. Gerade in demokratischen Gesellschaften, gerade in den Gesellschaften, die von Innovationen und wirklichem Einfallsreichtum leben, die sich offen nennen. Und genau deshalb diese Frage nach dem gesunden Liberalismusbegriff, wie wir heute mit dem umgehen. Und auch mit dieser Gratwanderung. Es gibt ja durchaus auch einige, die sagen, jo, guck mal hier die Göpel mit ihrem Ponyhof gelabern. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht Kritik bekommen hätte von den tief marxistisch gebildeten Persönlichkeiten und Menschen, die sagen, das ist alles viel zu wenig, das hat sie viel zu leicht gemacht. Aber mein Ziel war ja nicht eine wissenschaftliche Publikation, sondern etwas, was einlädt mitzudenken. Und deshalb kommt der Begriff Kapitalismus nicht vor. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, oh, dann macht es so Scheuklappe, Assoziationsraum, jeder ist woanders und entweder ist man auf der richtigen oder auf der falschen Seite, aber miteinander reden darüber, was man wirklich beobachtet an empirischen Veränderungen, an Trends, an Treibern, an gesellschaftlichen Strukturen, die uns nicht mehr erlauben, das zu machen, was wir denken, was wirklich gut wäre. Und an denen einfach mal eine Veränderung vornehmen. Und wie wir das Ding dann in Zukunft nennen, ist mir doch egal. Also Marx hat ja auch nicht losgeschrieben, hat gesagt, ich schreibe euch jetzt mal den Kapitalismus auf, sondern hat sich das erstmal alles angeguckt und angeguckt und Strukturen beschrieben und Logiken beschrieben und Muster und dann irgendwann zu sagen, und das ist ein Begriff, der fasst das für mich gut zusammen. Und was ich mir eben so wahnsinnig wünsche, ist, dass wir rauskommen aus diesen Kämpfen, die wir ja auch jetzt wieder so beobachten können. Und deshalb habe ich heute mir das Buch oder in der Vorbereitung für heute das Buch Die Wege aus einer kranken Gesellschaft am meisten vorgenommen, obwohl es ja relativ früh war. Aber ich dachte manchmal so, wenn man rausguckt, ne Maren, what's going on? Und dann zu sagen, wie schaffen wir das, dass wir nicht die Schuldigen suchen, sondern wie schaffen wir das zu gucken, wie werden wir denn alle zu diesem Verhalten getriggert und getrieben? Und dann zu sagen, ja okay, wenn die Gesellschaft krankmachende kulturelle Orientierung, krankmachende strukturelle Treiber eingebaut hat, dann könnten wir die doch verändern, dann dürfen wir alle selber heile und in Ordnung sein und müssen nicht dauernd darüber nachdenken, ob jetzt der Nachbar am meisten Schuld hat oder vielleicht doch jemand, der in unser Land emigrieren möchte. Und jetzt muss ich mal kurz springen, weil ich komplett meine Rede natürlich jetzt über einen Haufen geworfen habe, aber da waren so viele, so schöne Anknüpfungspunkte, die musste ich aufnehmen. Also Sie merken, ich finde dieses gemeinsame Weitergehen und gemeinsam etwas entwickeln, das ist Lebendigkeit und das ist ein Stück weit Liebe aus meiner Perspektive. Genau, da komme ich doch auch gleich zu dem Punkt, der auch so wunderschön zu dem passt, Gesine, das begeistert mich nämlich auch mal so wahnsinnig, wenn man sich nicht vorher abgesprochen hat und dann jemand Sachen sagt, wo man weiß, oh, da möchte ich nachher auch drauf eingehen und das kann ich jetzt ganz toll in dem ich anknüpfe. In der Verbindung zwischen dem, was Fromm an dem Buch an den Anfang stellt, wo er sagt, wir müssen ja verstehen, dass wir für eine folgreiche Veränderung unserer Gesellschaft, weil es eben schon öfter gesagt wurde und neu gedacht wurde und irgendwie sind wir richtig in die Pötte gekommen, zugleich ein neues Denken braucht, also wie wir die Welt verstehen, aber dann eben auch die politischen und institutionellen und industriellen Strukturen zu verändern, mit denen wir organisieren, also tatsächlich der Unterbau und das ist ja das Spannende wieder, wenn wir an Fromm und das Individuum denken, unsere Identitäten und Charakterstrukturen mitnehmen, also dieses, wer sind wir und wer wollen wir sein und dann nicht nur in dem Veränderungsprozess, sondern auch in Zukunft sich wirklich darüber Gedanken machen, wollen wir in den Vaterabhängigkeiten weiterlaufen wie heute oder wollen wir vielleicht auch etwas erhalten, was eben nicht die technologische Substitution von all dem Ökosystem, die wir da haben, bedeuten müsste, sondern sagen, wie können wir denn eigentlich die wieder regenerieren, wie können wir das Leben schützen, das Leben feiern und wieder lebendiger machen. Hans-Peter Dürr ist auch ein ganz, ganz mir lieber Vordenker und ganz großartiger Freund lange Zeit gewesen. Astrophysiker, hat ein Buch über die Liebe geschrieben und hat gesagt, wie können wir das Lebendige lebendiger machen und deshalb treibt mich diese Frage eben um und ich zitiere Fromm, weil ich heute noch mal wieder dachte, Mensch, ich hätte den vielleicht doch noch viel intensiver und ganz akribisch lesen sollen, dann hätte ich mir vielleicht so einige Formulierungshirnkämpfe sparen können, weil der hat das eigentlich schon sehr schön gesagt. Der Mensch ist eine Einheit. Sein Denken, sein Fühlen und seine Lebenspraxis sind untrennbar miteinander verbunden. Er kann in seinem Denken nicht frei sein, wenn er nicht auch emotional frei ist und er kann emotional nicht frei sein, wenn er in seiner Lebenspraxis, in seinen ökonomischen und sozialen Beziehungen abhängig und unfrei ist. Und heute habe ich dann eine Sache entdeckt, die glaube ich ein bisschen an das auch anschließt, Gesine, was du gesagt hast, den Zusammenhang zwischen dem neuen Denken und dem neuen Strukturieren und Organisieren. Ich habe im Great Mindshift versucht, eine Brücke zu bauen, ich mag Brücken bauen, ich habe immer das Gefühl, damit kommen wir weiter voran, ohne dass wir gleichzeitig irgendwas nivellieren oder das nicht ernst nehmen, dass es da auch Neins gibt, aber zu gucken, was ist denn der nächste gemeinsame Schritt. Und da habe ich versucht, zwischen Lagern, die sich so typischerweise, also wenn sie wissenschaftlich publizieren, ist es manchmal ganz wichtig, erst mal zu sagen, wo die anderen alle fehl liegen, um dann einen eigenen Punkt machen zu können. Das fand ich ein bisschen mühsam und habe gesagt, wie kommen wir denn eigentlich in die Mitte, weil die einen sagen, wir brauchen radikale Veränderungen und alles, was mit Reformen zu tun hat, das reicht nicht aus. Die anderen haben gesagt, boah, die Revolution hat noch nie gute Ergebnisse gegeben, deshalb müssen wir das hier Schritt für Schritt machen. Und dann habe ich eben versucht, zu sagen, lass uns doch mal mit radikalem Inkrementalismus arbeiten. Und das Radikale liegt doch in unserem Kopf. Dieses Vorstellungsvermögen, sich wirklich zu befreien aus dem, was wir an Denkschablonen haben, an dem, dass wir Marktwirtschaften und in der Form, wie wir sie jetzt haben, denken können, dass Kapitalismus immer wieder als der Kapitalismus benutzt werden darf, obwohl der seine Gestalt schon, was weiß ich, wie oft verändert hat, gerade in den letzten 70 Jahren. Das heißt, richtig ehrlich hinzugucken und richtig groß zu denken und auch wieder träumen zu dürfen, zu sagen, das wäre ja mal die Welt, wo wir hinwollen. Ja, verglichen mit dem, wie es heute läuft, ist das radikal. Das haben ja auch die Fridays for Future jetzt immer vorgeworfen bekommen. Das sind immer jetzt sehr radikale Forderungen. Wir haben uns noch sehr lange Zeit gelassen, um anzufangen zu verändern nach der Erkenntnis. Und trotzdem zu sagen, die Radikalität der Vorstellung ist doch etwas, was das Normative und Kreative der Menschen ins Zentrum stellt, ohne dann abzuerkennen, das ist natürlich das Ausbrechen aus dem, was wir Vaterabhängigkeiten nennen, das Ausbrechen aus Alltagsroutinen, das Ausbrechen aus, ich muss aber so und so lange arbeiten, damit ich den Lohn aus dem Konto habe, damit ich mir überhaupt noch eine Wohnung leisten kann. Deshalb so diese Arbeitszeitreduktion und dafür weniger Konsum und dafür habe ich mehr Lebensqualität und Zeitwohlstand, ist schwierig, wenn mein Stundenlohn mir dann sagt, ja, aber dann zahlst du die Miete nicht mehr, wo du gewohnst. All das sind natürlich genau diese strukturellen Einschränkungen, innerhalb derer wir unsere Freiheit leben und trotzdem, wenn ich erstmal ganz klar definiert habe, wo wir hinwollen, dann kann ich ja diese vielen, vielen, vielen kleinen Schritte machen auf dem Weg dahin, wenn ich aber nur sage, ja, wir entkoppeln jetzt das Wirtschaftswachstum, wie wir es schon immer gemessen haben, vom Ressourcenverbrauch, landen wir genau da, wo wir heute sind, überall haben wir Rebound-Effekte, weil wir nicht mal einmal darüber nachgedacht haben, ob vielleicht Wirtschaftswachstum, wie wir es messen, mit dem Bruttoinlandsprodukt, wirklich das Gleiche ist wie gute Entwicklung und Fortschritt. Aber wenn Sie modellieren, im wissenschaftlichen Bereich, ist immer der Output-Indikator das Bruttoinlandsprodukt. Und lange schon setzen wir uns dafür ein, zu sagen, lasst uns doch da mal differenzierter drauf schauen, was sind denn eigentlich die Kriterien für eine Gesellschaft, in der Wellbeing im Vordergrund steht, um den Begriff von From direkt wieder einzubinden. Und genau deshalb finde ich es so spannend, heute wirklich dran zu bleiben und zu sagen, ja, dieses Ringen um die Normalität ist gerade wichtig, weil die Corona-Krise hat ja insofern eine riesige Chance mit sich gebracht, dass wir aus vielen Vatermöglichkeiten ausgebrochen wurden. Wir mussten es nicht mal selber machen, sondern es gab auf einmal einen Stopp. Stopp der Alltagsroutinen, Stopp der typischen Verfügbarkeit von Dingen. Ich fand es bei dem ersten Doktor und faszinierend, dass wir überhaupt erst mal wieder bemerkt haben, in welchen Systemen wir leben. Dieses Supermarktregal, was auf einmal nicht mehr voll war und jetzt durften die nicht einreisen, die für uns die ErntehelferInnen sein sollten. Und das Klopapier hatte sich schon wieder, der irgendwie gebunkert. Und wie viel muss ich denn da sein, damit ich überhaupt noch eine Chance habe, Zugriff auf diese knappe Ressource zu gewinnen. Das war ja hochinteressant, überhaupt erst mal wieder darüber nachzudenken in unserer Überflussgesellschaft. Vielleicht ist es einfach nicht mehr immer da. Und für mich war es total berührend, in den Vorstellungen von den Büchern, so Autorengespräche im Radio etc. Ich habe ganz oft gespürt, was so die Stimmlage war derer, die noch verstanden haben, was es heißt, Mangel zu erleben. Die so deutlich gesagt haben, Frau Güppel, das ist doch Wahnsinn, was wir da für einen Diskurs fahren und wir brauchen doch gar nicht so viel. Und warum fahren wir denn diesen Planeten vor die Wand und können nicht mehr teilen? Wieso kriegen wir denn diesen Stoppknopf nicht hin? Wieso kriegen die Leute nie genug? Das ist doch wirklich absurd. Und deshalb war ich auch so begeistert, dass die Omas for Future eine Gruppe mit auf der Straße waren. Und auch da wieder die Brücken zu bauen und zu sagen, es geht nicht darum, dass es ein Generationenkonflikt ist, sondern es geht darum, dass diejenigen, die die Einladung annehmen, ehrlich hinzuschauen, neue Allianzen bilden und sich organisieren, um dann zum Beispiel als Form einer Zwei-Grad-Stiftung die Unternehmen antreten und sagen, wir brauchen einen CO2-Preis, damit wir hier überhaupt die Innovationen schaffen können. Als diejenigen, die sich hinsetzen und sagen, das Bildungssystem, das braucht wirklich ein Update ins 21. Jahrhundert. Und das heißt nicht Digitalisierung in jedem Klassenraum, sondern da gibt es sehr viele Kompetenzen, sehr viele Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern, später kann man das auch im Studium noch anwenden, gibt es ganz tolle universitäre Vorstöße jetzt auch, gerade mit dieser Veränderung umzugehen. Weil das ist ja das Spannende, weshalb ich dieses Wege aus der Krankengesellschaft durchaus mit dem Befreiungsschlag dann auch gleichsetzen würde und warum das aber jetzt irgendwie echt anstrengend ist und mühsam und zu so viel Twist führt, den wir ja überall sehen. Und Antonio Gramsci hat das das Interregnum genannt. Es gibt Zeiten, da funktioniert eine gesellschaftliche Ordnung relativ gut. Er hat das auch die Hegemonie-Zeit genannt, wo eine bestimmte Erzählung dessen, dass Fortschritt für alle da ist, das war ja sehr stark auch gekoppelt mit diesem Wachstumsbegriff. Wir wachsen einfach immer mehr, dann kriegt jeder und jede mehr von dem Kuchen, der ja mal größer wird und dann braucht man sich jetzt um die Verteilungsfrage auch nicht ganz so viele große Sorgen machen. Aber wenn diese Hegemonie bröckelt und wir merken, vielleicht ist das mit den Planetary Boundaries vielleicht doch ernst zu nehmen. Dann kommen ja so Fragen hoch, wie werden wir denn eigentlich genug haben? Und dann kann sich die Wissenschaft hinsetzen und sagen, ja, es ist technisch und ökonomisch möglich. Wir müssen jetzt aber mal anfangen. Und dann kommt diese Frage nämlich hoch, werden wir denn aber genug teilen? Und eine ganz andere, sehr spannende Frage, die wir in den letzten Jahren bemerkt haben, ist ja, wer ist denn eigentlich wir? Und genau deshalb hat Gramsci dieses Interregnum, wo etwas Altes stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann. Das radikal andere ist noch nicht so greifbar. Man kann sich noch nicht so daran festhalten. Es muss ja noch entstehen. Und dieses Interregnum hat er formuliert, bringt hervor eine ganze Reihe morbider Symptome. Und ich glaube, diese morbiden Symptome, die können wir überall sehen und da gibt es doch jetzt den dringenden Auftrag für all die, die in den Spiegel geschaut haben, zu sagen, raus aus der Mobilität, rein in die Lebendigkeit. Und sich dann eben auch Realisten nennen zu dürfen. Weil das fand ich das Tolle bei der Definition, nämlich von Erich Fromm, von diesem radikalen Inkrementalismus oder von der Reform, wie er sie unterschieden hat. Nämlich nicht, dass es unbedingt ihr Tempo ist, sondern ihr Realismus, ihr echter Radikalismus. Es geht darum, ob sie an die Wurzeln geht und die Ursachen zu ändern versucht oder ob sie an der Oberfläche bleibt und sich nur mit den Symptomen befasst. Und deshalb absolute Einladung, lasst uns rein in die Radikalität gehen und dann überlegen, was sind denn jetzt eigentlich Grundlagen, auf denen wir aufbauen können. Und ich finde, auch da hat Corona drei Angeboten, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe, im Titel zusammenzustellen. Auch mit der Gesundheit, der Lebendigkeit und der Freiheit. Also Liberalismus wirklich nochmal auch zu erden und historisch einzubetten. Und bei Gesundheit geht es ja los, dass die Weltgesundheitsorganisation das nicht als Abwesenheit von Krankheit definiert, sondern als einen Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Bewohlbefindens. Aus der ergibt sich dann ja die Fähigkeit, sich aktiv und frei in die Gestaltung des eigenen Lebens und der Gesellschaft einzubringen. Da gibt es von Martha Nussbaum, Amartya Sen ja auch sehr starke Gerechtigkeitskonzepte, die auf diesen Capabilities ansetzen, also auf die Fähigkeiten, die Grundlagen, die ich brauche, damit ich eine vollständige Akteurin in der Gesellschaft werden kann, damit ich diese Freiheit besitze. Eine Definition von menschlicher Sicherheit, die weniger mit der NATO und Bomben zu tun hat, sondern die Kofi Annan geprägt hat als Freiheit vor Angst und Freiheit vor Bedarf. Aber wirklich den Bedarf, den Armut auslöst. Und auch da sich zu erinnern an Ökonomen wie zum Beispiel John Maynard Keynes, der ganz klar Unterschieden hat zwischen Bedarf und den ganzen Bedürfnissen, die uns medial kreiert werden. Da kann man natürlich Fromm zu lesen, der das noch viel eloquenter ausgeführt hat, dass wir nie zufrieden sein dürfen. Und der Bedarf, das ist auch das Spannende bei Keynes, er hat gesagt, wir haben das ökonomische Problem gelöst, wenn wir an dem Punkt angerannt sind, dass alle Menschen ausreichend materiell versorgt sind. Für ihn war das ökonomische Problem genau das. Weil Wirtschaften erstmal die Kooperationsbeziehung zwischen Mensch, Mensch, Mensch und Natur ist, um eben diejenigen zu versorgen, die da sind. haben wir nicht so richtig hingekriegt, da mal einen Stopp zu machen und zu sagen, das ökonomische Problem ist gelöst. Nein, heute heißt das ökonomische Problem, die Finanzmärkte würden zusammenbrechen oder dies oder jenes. Also wir haben so ein bisschen auch da eine Verschiebung dessen, was begreifen wir denn als ökonomisches Problem? Und allein das als Ausgangsbasis zu setzen, würde ja ganz andere Lösungen mit sich bringen und ganz andere wünschenswerte Fortschrittsmodelle. Und dann geht es überhaupt nicht darum, dass man keinen Spaß haben darf und nicht irgendwie genussorientiert leben darf oder so, aber es geht erstmal darum, dass wir auf einem Planeten, wenn wir allen Menschen ein freies Leben möglich machen wollen, auch an den Punkt kommen zu sagen, ist der rechtsbasierte Freiheitsbegriff, wie wir ihn heute benutzen, wirklich der, der tragen kann. Wenn mein Privateigentum in seiner Schollengröße immer weiter wachsen darf, wachsen darf, wachsen darf, aber mehr Menschen dazukommen und bei der Oberfläche der Erde nun wirklich die Quadratmeter nicht zunehmen, dann sind wir irgendwann an dem Punkt angelangt zu sagen, ja, dann geht es um eine Verteilungsfrage. Ich fand da Mark Twain super, der hat gesagt, es lohnt sich jetzt, in den Boden zu investieren, der wird nicht mehr hergestellt. Und diese Ehrlichkeit mitzubringen, zu sagen, was ist dann der Freiheitsbegriff, mit dem wir antreten? Und was ist dann auch eben ein Gesundheitsbegriff, mit dem wir antreten? Helga Kohl-Kramp hat jetzt gerade eine tolle Studie rausgesetzt, wo sie meinte, es ist wirklich faszinierend, ich habe mir den Gesundheit, oder unser sogenanntes Gesundheitssystem angeguckt, das Letzte, was das gebrauchen kann, ist ja gesunde Menschen. Verdient keiner dran. Fadi, da muss ich dich angucken. Mein Vater hat seine Doktorarbeit hat zu dem Thema geschrieben, dass wir kein Gesundheitssystem haben, sondern ein Krankheitssystem. Was hat die wissenschaftliche Fakultät Medizin gesagt? Reich mal bei den Soziologen ein. Aber genau diese Sachen wieder in den Vordergrund zu legen, wem soll denn eigentlich was dienen? Und menschliches Wohlergehen bedeutet dann eben sehr andere Geschäftsmodelle als die, die wir zurzeit oft vorfinden. Und auch die Verbundenheit mit der Natur wieder nach vorne zu stellen, wenn wir suchen, was das Lebendige ausmacht. Diese Idee, die mit der Aufklärung kam, machte die Erde untertan. Jetzt kommen wir so ein bisschen an den Punkt, vielleicht sortiert die Erde uns aus, wenn wir zu doll nerven. Und auch da zu überlegen, was kann uns Corona denn da eigentlich lehren? Weil manchmal ist ja dieses Wissen in den Kopf stecken nicht so erfolgreich wie Erfahrungswissen. Und wenn so ein Virus überspringt, weil wir die Habitat, also die Lebensräume derjenigen, die sonst als Wirt ihm dienen, zu klein gemacht haben und dann nochmal Nerze springt und aus den Nerzen vielleicht wieder zurückspringt, spätestens da haben wir ja verstanden, dass das unsere Mitwelt ist und nicht irgendeine Umwelt, wo wir auch nicht getrennt von ihr sind. Schon faszinierend, dass wir uns das lange eingeredet haben, obwohl die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Dinge, die wir essen, ja schon zigmal durch uns alle durchgelaufen sind und dann durch unterschiedlichste Teile dieser Mitwelt. Fritz Habekus, auch einer derjenigen, die mit mir heute die Mission in dem verspäteten Zug, ich entschuldige mich, noch einmal, aus den Alpen hier runtergemacht haben, schreibt ganz viel und ganz toll darüber, wie die, ja im Grunde genommen Wertschätzung auch für das, was dort stattfindet, wieder in den Fokus gerückt werden kann und welche menschlichen Existenzen in Harmonie stärker denn in einer maximalen Ausbeutung funktionieren können. Die Lebendigkeit. Was ich total interessant fand an dem Buch war die Anfangsfrage von Fromm, wie er versucht hat, das Bedürfnis, also die ganz zentrale Bedürfnis oder den Antrieb auch von Freud unterschieden zu beschreiben und er hat das in einer Form getan, die ich finde, sehr gut in das Anthropozän passt. Ich zitiere den nochmal. Das Bewusstsein seiner selbst, ihrer selbst, Vernunft und Vorstellungsvermögen zerstören die für die tierische Existenz kennzeichnende Harmonie. Durch ihr Entstehen wurde der Mensch zu einer Anomalie, zu einer Laune des Universums. Er ist Teil der Natur, er ist ihren physikalischen Gesetzen unterworfen, die er nicht verändern kann und dennoch transzendiert er die übrige Natur. Er wird an einen zufälligen Ort zu einem zufälligen Zeitpunkt in die Welt hineingeworfen und muss sie zu einem zufälligen Zeitpunkt wieder verlassen. Da er sich seiner selbst bewusst ist, erkennt er seine Machtlosigkeit und die Grenzen seiner Existenz. Er kann seinen Geist nicht mehr loswerden, solange er lebt und sein Körper erweckt in ihm den Wunsch, am Leben zu bleiben. Ich finde, auch da ist es total interessant, sich zu überlegen, welche radikalen Vorstellungen denn gerade im Raum stehen, um zu überlegen, was machen wir denn mit dem Befund. Und es war hochspannend, als wir in diesem wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen den Bericht zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit geschrieben haben, weil wir gesagt haben, das sind jetzt zwei echt große Trends, die unsere Gesellschaften sehr umwälzen werden. Wie kriegen wir die denn vielleicht im Idealfall so miteinander verbunden, dass die technologische Revolution uns dabei hilft, diese Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen und nicht so stark einfach sie zu versterfen oder neue zu schaffen. Und es war eine hochspannende Debatte, weil wir haben ein ganzes Kapitel zu Utopien und Dystopien gemacht. Science-Fiction-Literatur und so, hoch unwissenschaftlich wahrscheinlich im Auge vieler. Aber das war ja genau dieser Vorstellungsraum mit den Ideen, mit den Menschen, mit viel Geld anfangen, Technologien zu entwickeln, Geschäftsmodelle und neue Strukturen zu schaffen. Und das Interessante ist ja, dass das Spektrum sehr breit ist. Wir externalisieren jetzt einfach Seele und Geist und dann brauchen wir diesen Körper des Verfalls und des Sterbens ja einfach auch nicht mehr. Das ist das, wo im Moment viel Geld hinfließt. Und ich habe mich als so mega Konservative erlebt in dem Kontext. Ich habe da gesessen und habe gesagt, überlegt euch doch mal, wie langweilig das ist. Dann hängt man da irgendwie ab in der Hängematte auf dem Mars oder was und dann kommt Amazon ständig vorbei und macht wieder einen Recharge in der Energie oder was. Und nichts passiert, weil du stirbst ja nicht. Die Aufregung, das Lebendige, die Spannung, die Ausschüttung von Chemikalien, von Emotionen, all das, was uns sein lässt und das alles so aufregend macht, kommt doch deutlich auch daher, dass wir vergänglich sind. Und diesen Anteil in unserem, vor allem in unserem Kulturkreis wieder anzunehmen, auch das hat mir sehr gefehlt in der Form, wie wir mit der Pandemie bisher umgegangen sind. Und gleichzeitig ist das etwas, wo ich glaube, dass eine gewisse Freiheit da auch entstehen kann. wenn wir uns überlegen, wie können wir denn eigentlich aus dieser Situation eine positive machen? Also wie können wir uns überlegen, wie wir das annehmen und dieses genussvolle Leben und Erleben, was so intensiv nur werden kann, weil wir unserer Endlichkeit bewusst sind, in den Fokus dessen zu stellen, was wir tatsächlich dann auch erleben. Manchmal braucht es ja einfach eine Verlangsamung von Dingen. Ein weniger Tun und mehr Sein. all die Punkte hat Fromm auch viel schöner ausgeführt als ich. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass es momentan wirklich wichtig ist, auf diese Strukturen zu zeigen, die uns das als utopisch erscheinen lassen, was realistisch betrachtet einfach wünschenswert wäre. Warum soll das denn nicht gehen, nicht immer mehr haben wollen zu müssen? Nur weil dann ein Finanzmarkt zusammenkracht. Wir haben die doch gebaut, die Finanzmärkte, dann können wir die doch auch umbauen. Zumindest diese Frage zu stellen und dann nicht als naiv zu gelten und als unrealistisch und utopisch, sondern zu sagen, nö, der Kaiser ist nackt und jetzt will ich, dass wir darüber reden. Wer soll denn hier wem dienen? Und dann eben reinzugehen und zu sagen, wie schaffen wir das? Und das finde ich das Spannende an der Begriff der Transzendenz bei Fromm, wie ich dem nachgegangen bin. Was kann ich denn machen, wenn ich das Gefühl habe, meine Fähigkeit zu handeln im Angesichts der Erkenntnis, dass vieles in eine Richtung läuft, die ich nicht mehr wünschenswert finde, fühlt sich so klein an. Hannah Arendt hat das mal Praxisentzug genannt. Ich habe das Gefühl, ich darf ja gar nicht so viel verändern in der Art, wie ich Dinge tue, damit ich nicht rausfalle aus der Gesellschaft. Und diese Transzendenz zu überlegen, was beobachten wir in diesem Interregnum, wie kommen wir von den Moabiden, in die positiven, lebendigen Bewegungen herein, ist genau dieses Benennen dessen, wie uns die Strukturen zurückhalten und nicht die anderen zu suchen, die Schuld daran sind, dass es fortgeschrieben wird. Und er hat, also Fromm selbst hat das eben in der Differenzierung zwischen einer kreativen oder einer destruktiven Umgangsform mit diesem gefühlten Praxisentzug beschrieben. Und damit sind wir bei der Selbstwirksamkeit, Herr Hadeck, die Sie eben auch erwähnt hatten. Und Resilienz von Menschen wächst, wenn Sie das Gefühl haben und die Erfahrung gemacht haben, es verändert sich etwas, wenn Sie sich bemühen und sich einsetzen. Und das ist etwas, was ich glaube, gerade mit dem Bildungssystem oder auch mit dem gegenseitigen Ermutigen und dem gegenseitigen darüber reden. Muss das so? Ist das so? Muss das so sein? Warum ist das so? Die Frage, warum? Aus der Kindheit ganz stark wieder mitzunehmen. Warum? Warum? Und da habe ich bei dir natürlich Mama. Also weil du so wahnsinnig viel selber Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und Traumatherapeutin dich genau mit diesen Fragen ja auch beschäftigt hast. Wie kommen Menschen in diese Befreiung, diese Wirksamkeit, dieses sich selbst wieder gestaltend wahrnehmen und auch nach vorne gehen und das Neue sehen. Und natürlich auch als Mutter von zwei Töchtern, denen du immer und immer wieder gezeigt hast, was es bedeutet, die selbst in die Hand zu nehmen und denen du auch vermittelt hast, was es bedeutet, sich für die Schicksale der anderen zu interessieren und auch da manchmal selber zu riskieren, indem man das benennt und Schwäche unterstützt und für Prinzipien kämpft. Und deshalb ist so mein letzter Punkt eigentlich diese schöpferische Variante in der Gestaltung der Suche nach dem Weg nach vorne, nach den Alternativen, den abgelegenen Faden, den neuen Tanzflächen und Tanzschritten, mit denen wir rauskommen. Ja, der war für dich, Katharina. Aus den Vaterabhängigkeiten. Und uns dabei immer wieder, und das versuche ich ganz doll zu beherzigen, und das ist heute an solchen Abenden natürlich immer besonders einfach und möglich, die positiven Dinge zu sehen und das, was eben nicht gelingt, nicht in den Vordergrund zu nehmen. Da haben wir ja eine tolle Tendenz dazu. Und stattdessen wirklich zu überlegen, im Schöpfungsakt, noch einmal vor allem, transzendiert der Mensch sich selbst als Geschöpf, erhebt er sich über die Passivität und Zufälligkeit seiner Existenz in den Bereich der Zielgerichtetheit und Freiheit. Und diese Freiheit in Verbundenheit zu sehen, im systemischen Denken auf allen drei Ebenen, die ich am Anfang eingeführt habe, nochmal zurückbringen, die Welt zu verstehen, als ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben will, wie Albert Schweitzer das so schön auf den Punkt gebracht hat und für alles Leben wertschätzend. Die Organisation, sich zu überlegen, haben wir denn die so gebaut, wie es vielleicht aus einem gesunden Liberalismus heraus funktionieren würde. John Rawls mit seinem Schleier der Unwissenheit hat das ja wunderbar, die individuelle Perspektive mit der strukturellen Verbundenen, in dem er gesagt hat, wie würde ich eine Gesellschaft bauen, wenn ich vorher nicht wüsste, an welchem Ort und an welchem Zeitpunkt könnte man vielleicht noch hinzufügen, ich dann geboren werde. Armin Frey hat es ja schon für die Charakterzüge und die Identität gemacht, er hat gesagt, konsumiere so, wie du es dir wünschen kannst, dass es alle anderen auch tun. Und deshalb freue ich mich auf die vielen, 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 vielen kleinen Schritte, die wir alle einbringen können, um dann eben, Gesellschaften haben auch Kipppunkte, sehr starke, strukturelle Veränderungen auch nach vorne tragen zu können. Die Geschichte des Individuums und der menschlichen Rasse hat die progressive Tendenz sich als Stärke erwiesen. Trotzdem zeigt das Phänomen der psychischen Krankheit und dass der Regression der menschlichen Rasse auf Positionen, die scheinbar schon seit Generationen aufgegeben waren, den intensiven Kampf der jeden neuen Akt der Geburt begleitet. Und deshalb muss ich natürlich doch noch mit der Liebe enden, weil es sind nach Fromm ja die Akte des Liebens, die auch durch schwerere Zeiten tragen. 2021 war nicht so einfach, ist auch an vielen Punkten von Herausforderungen geprägt. Und deshalb möchte ich noch ein paar weiteren Personen danken, die heute mit mir hier sind. Einmal natürlich Jan, der mit mir einen sehr, sehr schönen Weg des Liebens geht. Voller Großzügigkeit und Freiheit für unser weiter Sein und dann aber auch ganz viel Geduld mit meinen etwas impulsiven Anteilen gelegentlich. Und Hingabe in den Momenten, wo die temporäre Symbiose möglich ist. Danke dir. Und dann freue ich mich wahnsinnig, dass Sophie, du gekommen bist heute. Meine allergrößte Fundsache in diesem Weg der Gratwanderung in diesem Jahr. Und bessere Hälfte im Grunde genommen in all dem, was ich beruflich tue. Und freundschaftlich bin ich dir sehr verbunden inzwischen. Zweite Vornamen sollten bei dir Solidarität, Integrität und Humor sein. Und ich freue mich wirklich auf sehr viele weitere Abenteuer, die wir noch bestreiten werden. Und dann habe ich eben in der Pause ganz kurz entdeckt, da vorne sitzt ihr, Teile meiner Familie sehe ich ja viel zu selten und viel zu wenig und manche leben dann auch noch auf Teneriffa, aber sind zufällig heute in ihrer Heimatstadt Tübingen gewesen bei ihrer Mutter Christiane und Siri, die dort lebt und Ulrike tatsächlich aus Teneriffa heute hier meine Cousinen und meine Tante. Es ist eine ganz besondere Ehre, dass ihr mit dabei seid heute. Und dann muss ich mich natürlich auch noch bei bei Tine bedanken, weil wir unsere kleinen Dötzen gemeinsam durch die Kitas schleusen und uns immer wieder darüber auftauschen und auch wie das so ist, wenn man sich trennt von dem Vater der Kinder und dass die dann trotzdem echt gut durchkommen können, solange sie gut eingebettet sind in weitere liebende Personenkreise. Auch du, sie hast gesagt, ich liebe Erich Fromm, als ich gesagt habe, oh Gott, guck mal hier, hat dieser Preis und ich beschämte mich und dann habe ich gesagt, kommst du mit? Und er hat gesagt, natürlich. Und Robert, wo bist du? Da. Dich kenne ich noch gar nicht so lange, aber irgendwie bist du reingekommen und hast losgeredet und ich fand dich einfach super. Und außerdem bist du ein sehr enger Freund von Jan und deshalb darf ich dich jetzt öfter sehen und hast auch einfach gesagt, ich komme mit. Und das ist im Grunde genommen das, was für mich, dass das Leben so lebendig und so reich macht. Maren, dass du hier bist heute, Herr Hadeck, hat gefragt, ob ich einen Wunsch hätte und ich habe gesagt, ja, das muss eigentlich Maren machen, weil die ist im Moment so ein bisschen versteckt. Sie hat mir Gesangsunterricht mal einen Tag gegeben. Ich weiß nicht, wie du das durchgestanden hast, aber das war super. Und immer, wenn wir so abends länger auf waren und sie auf einmal so aus sich raus geht und singt, dann geht so ein Schauer durch den Körper. Und da habe ich gesagt, Herr Hadeck, lassen Sie sich darauf ein, dass das eine Freundin von mir macht. Und er hat gesagt, ja, okay, wenn Sie das wollen, natürlich. Und ich glaube, Sie wissen jetzt alle, warum ich mir das so gewünscht habe. Das Maren, die heute singt. Und abschließend, liebe, liebe Gesine, ich schreibe gerade an einem zweiten Buch, weil Great Mindshaft hat ja so einmal das ökonomische Paradigma und dann so ein bisschen die Strukturen. Und da geht es viel mehr um die Strukturen und ich freue mich irre, wenn wir darüber weiter diskutieren und ich von dir dafür noch weiter lernen kann. Also ET ist schon so Mitte, Ende Oktober. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich habe ja dein Buch jetzt gerade auch vorliegen und außerdem möchte ich mit dir auch noch viele gemeinsame Sachen machen. Ich habe mich so gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute zu sprechen. Und jetzt wieder Zeit für Maren, oder? Danke. Und jetzt wieder Zeit